Was ist eine projektive Identifizierung? Der Begriff projektive Identifizierung ist ja ein Abwehrmechanismus, also ein allgemein, hoffentlich allgemein bekannter Abwehrmechanismus. Und der ist häufiger, als wir ahnen oder als wir glauben oder eben auch geschrieben steht teilweise, weil häufig steht da, die projektive Identifikation ist so ein typisches Merkmal von Menschen, die eine Vorderline-Persönlichkeitsstörung haben. Aber wenn man näher hinguckt, dann sieht man, dass diese projektive Identifizierung viel häufiger ist und eigentlich etwas sehr Gewöhnliches ist bei Menschen. Also, wenn wir stark spüren und durch diesen in Gang kommenden Affekt in Reaktion gegenüber jemand geraten, also nochmal, wenn wir stark spüren, also ein starkes Spürbewusstsein haben und durch diesen in Gang kommenden Affekt in Reaktion gegenüber jemand geraten. Oder wenn ich mich zu einem Menschen verhalte, wie ich mich sonst eher nicht verhalte. Oder wenn ein Mensch etwas Ungewöhnliches in Bezug auf ihn in mir auslöst. Wenn wir Zitat aus der Wikipedia nehmen, was ist projektive Identifikation? Dann zitiere ich, der Begriff der projektiven Identifikation oder auch projektiven Identifizierung stammt ursprünglich von der Psychoanalytikerin Melanie Klein und ist heute in der psychodynamischen Psychotherapie anerkannt. Es handelt sich hierbei um einen unbewussten Abwehrmechanismus von Konflikten, bei dem Teile des Selbst abgespalten und auf eine Art und Weise auf eine andere Person projiziert werden, dass diese andere Person die Projektion annimmt und in der Folge entsprechende Verhaltensweisen zeigt. Dadurch werden eigene Inhalte wie zum Beispiel Werte, Gedanken, Gefühle nicht nur wie bei der Projektion als die der anderen Person wahrgenommen, sondern dort tatsächlich auch hervorgerufen. Und dies geschieht in der Regel ohne, dass sich die beteiligten Personen dieses Mechanismus oder dieser Dynamik bewusst sind. So war das Zitat aus der Wikipedia. Also diese projektive Identifikation ist sehr häufig bei Strukturstörungen, mit denen wir ja oft zu tun haben auch, also die typische Borderline-Projektion. Wir nehmen uns selbst in dem anderen wahr. Das kann nur eine Vorstellung von sich im anderen sein. Das kann aber auch dessen Reaktionen auf uns beinhalten. Also nochmal, wir nehmen uns selbst als Personen, als Menschen, als Persönlichkeiten in einem anderen Menschen wahr. Das kann nur eine Vorstellung von sich im anderen sein. Das kann aber auch dessen Reaktionen auf uns beinhalten. Und genau das ist die projektive Identifikation. Wir explorieren Bezüge zu Menschen, indem wir unsere bisherigen Erfahrungen mit anderen Menschen, immer bedeutsamen Menschen, emotional wichtigen Menschen, auf die neuen Menschen, die uns jetzt begegnen, projizieren. Um zu sehen, wie diese Menschen dann damit umgehen und natürlich auch differenziert reagieren könnten. Wir probieren also als Menschen. Wir zeigen uns. Wir erproben die anderen Menschen gewissermaßen, ohne dass wir sie direkt erproben wollen. Denn es ist, wie gesagt, ein unterbewusster Mechanismus, eine unterbewusste Dynamik. Aber wir tun sehr viel in der Exploration, im Begegnungsverhalten mit anderen Menschen, um dies alles zu ermöglichen. Prinzip ist dabei die Vielfalt in Reaktionsmustern. Also, wie reagieren unterschiedliche Menschen immer wieder auf mein persönliches Gebaren, auf meine persönliche Art und Weise, auf meine Konfliktmuster und so weiter. Im Sinne der Flexibilität und Anpassung, also gewissermaßen, um es nochmal zu sagen, testen wir den anderen, wie er auf uns reagiert. Wir sehen das eigene im anderen. In der Säuglingsforschung wissen wir ganz gut mittlerweile auch, der Säugling projiziert sich in die Mutter und diese reagiert mit ihren und seinen Bedürfnissen im Sinne der Bedürfnis beiderseitiger Bedürfnisbefriedigung. Wenn wir hier noch ein Zitat bringen aus der Website psychoanalytische-supervision.de. Was wir ja dann haben bei der projektiven Identifikation oder was Menschen lernen können ist, dass sie etwas nicht nur auslösen im Gegenüber und der dann, wie sie ihm zugedenken, reagiert. Also auf eine negative Art und Weise ganz oft, sondern dass es darum geht zu erlernen, und das ist ja das Metier der Psychotherapie, dass man eine innere Spannung, eine innere Angst, eine innere Bedürfnishaftigkeit oder die Bedürfnisse, die natürlich, wie gesagt, unterbewusst sind und unbewusst sind, dass man diese innere Spannung aushält. Dieses Halten innerer Spannung ist eine wichtige Grundlage für das, was wir Frustrationstoleranz nennen. Auch unsere Reflexions- und Introspektionsvermögen basiert darauf. Wir lernen, abwägend zu denken, abwägend zu denken und in uns selbst und in andere hinein zu versetzen. Berühmte Einfühlungsvermögen der Empathie, um die Handlungsmotive des anderen Menschen jeweils zu verstehen. Heute spricht man davon auch oft als Mentalisierungsfähigkeit. Und genau diese Mentalisierungsfähigkeit gilt es zu erproben und immer wieder zu entwickeln. Wir lernen also zu halten und auszuhalten, zu beobachten, achtsam zu sein, nachzudenken, zu reflektieren, uns dabei zu beruhigen, innezuhalten. Ein anderer Mensch kann nicht immer unsere Bedürfnisse befriedigen oder auf unsere Ängste reagieren. Ängste sind noch nicht befriedigte Bedürfnisse. Und Abwehr ist Angst generell und zu ihrer Vermeidung eingesetzte Verhaltensweisen. Ich muss Bedürfnisse oder Ängste nicht unbedingt auf andere Menschen projizieren, sondern wie gesagt die Reflexion des Inhalten, das Beruhigen, dieses Intrapersonelle zurechtkommen mit all dem. Das ist wesentlich. Und das ist eben Reflektiertheit und die damit zusammenhängende Besonnenheit und so weiter. Oder wenn wir hier nochmal zitieren aus der Website medizin-im-text.de Manchmal löst ein anderer Mensch ein starkes Gefühl in uns aus. Wir fühlen uns im Kontakt mit ihm hilflos, wütend, ohnmächtig oder schuldig. Kleine Kinder können uns wütend machen, wenn es ihnen selbst irgendwie in irgendwie brodelt, also sie ein starkes Bedürfnis haben, das sie nach außen projizieren. Ein Patient in der Psychoanalyse, dem noch die Worte für Erlebtes und innere Nöte fehlen, macht, dass der Therapeut sich plötzlich so traurig, neidisch, verzweifelt, stark und so weiter fühlt, wie er sich selbst unbewusst fühlt. Wenn der andere macht, dass ich mich so fühle wie er, dann spricht man tatsächlich von projektiver Identifizierung. Reife Menschen, die gegenübertragen, und wie gesagt, das kommt sehr häufig vor im Leben, wenn man nur mal darauf achtet und das identifiziert, zeichnen sich dadurch aus in ihrer Gegenübertragung, dass sie nicht voreilig oder agierend reagieren, also reagieren nicht, wie der Projizierende erwartet, das ist ja das Erwartungsmuster und das ist immer wieder auch eine gewisse Scheiternsfixiertheit, sondern eben anders, differenzierter in der Deutung der Gegenübertragung zum Beispiel und all dem. Also sie setzen sich damit konstruktiver auseinander und nicht in dem typischen Reaktionsweisen. Und sagt, da ist ein Angsthase und was mache ich mit dem Angsthasen, wie jeder gute Hund, beiß ich zu. Wenn eine Angst zeigt, und das kennen wir ja aus dem Tierreich und gerade bei Hunden, dann reagieren Hunde, die natürlich ein Wahnsinnsspürvermögen haben und damit ein Einfühlungsvermögen haben, ganz schnell auf diese Angst und beißen zu, wenn sie blöde sind als Hunde. Es gibt ja auch sehr, sehr kluge Hunde und die reagieren eben nicht so, sondern die reagieren auf eine andere Art und Weise, nämlich geradezu therapeutisch und signalisieren da was ganz anderes und beißen nicht. Aber das ist so das rudimentäre Beispiel aus dem Tierreich, das wir dazu kennen und bedienen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2020